ja hallo und willkommen meine damen und herren zu let's play dark souls nummero 3 und ach ich freue mich einfach schon darauf und deswegen würde ich sagen wir quatschen gar nicht lange um den heißen brei und drücken einfach gleich mal auf neues spiel wir stellen die helligkeit ein der drache ungefähr unsichtbar na gut das muss ich dann sowieso noch mal gucken wie das dann im video aussieht also lassen wir das einfach mal auf drei würdig sagen das hier ja passt schon alles lasst mich einfach mal ins spiel ja es geht 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 es bei der transitory lands of the lords of cinder converge Inventuring North, the Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the leek of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep. Farron's undead legion, the abyss watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon, the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is, that ash seekers embers. Okay, war's das jetzt? Oder kommt da noch was? Nein, wir sind in der Charaktererstellung. Okay. Einmal einen Namen bitte eingeben. Ja, das machen wir doch mal auf die Schnelle, würde ich sagen. Das ist ja bei meinem Namen schnell erledigt. So. Geschlecht, männlich oder weiblich? Werden bestimmte Änderungen zurückgesetzt? Ja, 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 ja. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Wie auch schon bei Bloodborne. Wir lassen einfach mal die Münze entscheiden. Hm. Nur was nehmen wir? Ich würde einfach mal sagen, Zahl männlich, Kopf weiblich. So machen wir das mal. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch beim ersten Versuch. So. Wir haben Kopf. Das war dann weiblich. Okay. Gut. Dann also einen weiblichen Charakter. Ist bei Dark Souls ja eigentlich auch ziemlich scheißegal. Denn man hat den Kopf sowieso immer unter dem Helm. Also, eh. Naja. Egal. So, klasse. Oh, das ist jetzt schon wichtiger. Ein obskurer Ritter vom schlechten Ruf. Söldner. Hm. Ich würde gerne sehen, ehrlich gesagt, was das für eine Ausrüstung genau ist. Das geht hier aber nirgendwo, oder? Hm. Schade eigentlich. Aber was haben wir hier noch so? Der Krieger. Nachfahrt der Krieger des Rohrens. Berühmt für ihre Muskelkraft. Also, ich schätze mal grob der... Setzt mir auf Stärke. Ja. Wenn ich mir das so angucke, stimmt das auch. Herold. Ist wohl ein Magier, oder? Äh. Sieht danach aus. Die wird wohl viel Geschicklichkeit haben. Assassine. Ebenso. Zauberer. Das ist, glaube ich, jedem klar, was das ist. Ein Pyromant. Ein Feuerschleuderer. Der Kleriker. Ja. So ein bisschen Mischung aus Nahkampf und Magie. Und dann natürlich noch der Battler, der einfach mal überhaupt nichts kann. Aber was nehme ich denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal Ritter. Hm. Der hat... Da, da, da. Oder soll ich doch lieber den Krieger nehmen? Der hätte halt schon mehr Stärke, aber... Die Geschicklichkeit ist halt doch sehr niedrig. Hm. Ich meine, ich möchte schon gerne einen Nahkampfcharakter spielen. Die... Fernkampfcharaktere waren wir bei... Weiß nicht. Die sind zwar stark eigentlich im Prinzip, aber ich war nie so wirklich der Fan davon. Wenn ich schon Dark Souls spiele, dann will ich aufs Maul hauen. Aber anständig. Ach, gehen wir mit dem Ritter. Passt schon. Ein Begräbnisgeschenk. Ring des Lebens. Ein Ring mit einem kleinen Roten Abil erhöht die maximale TP. Naja. Warmes gesegnetes Weihwasser. Gut, das kann ich dann wahrscheinlich nur einmal benutzen. Stell TP vollständig wieder her. Eine Feuerbombe. Davon werde ich wahrscheinlich haufenweise finden. Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen. Mh. Benutzen um viele Seelen zu erhalten. Davon werde ich doch auch Haufenweise finden. Begräbnisgeschenk für Glück nach dem Tode. Aha. Online-Spielobjekt zum einmaligen Bra... Gebrauch. Gewährten Nutzung eines Imitationszaubers. Hm. Ich nehme jetzt einfach mal den Zweig. Denn der sagt mir mal... Ehrlich gesagt, das ist überhaupt nichts was das machen soll. Deswegen nehme ich den einfach mal. So, Gesicht, Körperbau. Was haben wir hier noch? Das ist doch eigentlich alles Standard, wie man es aus Dark Souls kennt. Die Gesichter sind natürlich mal alle immer irgendwie so ein bisschen hässlich. So wie man es kennt. So wie das hier zum Beispiel. Die hat ja nicht mal Augen. Was soll denn das? Wie kann die irgendwas sehen? Ich glaube ich bleibe mal hier auf Bürger. Und natürlich noch der Körperbau. Mhm. Stämmig. Sehr stämmig. Ja, allzu muskulös wollen wir auch wieder nicht sein. Da bleibe ich auch mal auf normal. Eine andere Frisur möchte ich aber gern noch haben. Oh, Stimmen gibt es auch. Ach, bleiben wir bei erwachsen. Figur haben wir ja schon eingestellt. Ausgangshautfarbe können wir auch so lassen. Eigentlich im Prinzip. Ich will wissen wo sind verdammte Frisuren hier. Gesichtsdetails. Haarbärte. Ja, hier sind wir richtig. Ei, 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 ei. Da haben sie aber einiges aufgestockt. Im Gegensatz zu den vorherigen Teilen. Ach, ach, so was denn da? Was nehme ich denn da? Hm, mit so einem schönen Dutt hinten dran. Wäre natürlich auch ganz schick. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Hm. Bei. Bei. Ja, so eine schöne kurze Frisur. Ist doch schon ganz schick. Kann man eigentlich mal sagen. Haarfarben. Wir sind schon auf schwarz, oder? Oder geht es noch schwärzer? Anscheinend nicht. Ach, man kann RGB auch selbst noch einstellen. Das ist doch mal schön. Wobei. Wobei. Ach, bleiben wir auf schwarz. Sollte ich wieder sagen. Ja, das passt schon. Meine Güte. Damit wollen wir jetzt nicht zu viel herumscheißen. Weil es gibt doch Kosmetik. Ach ne. Tätowierungen. Ja, sehen jetzt auch nicht so pralle aus. Wieso sind die alle auf der Stirn? Müssen die unbedingt alle auf der Stirn sein? Zumindest bei der Frisur, die ich momentan habe, sieht man da sowieso nichts. Also. Ja, egal. Egal. Zurück, zurück, zurück. Ich will endlich mal ein Spiel eigentlich nur starten. Und irgendwelchen untoten Pennern aufs Maul geben. So, Erstellung abschließen. Ja, damit wollen wir gerne beginnen. So, genug Zeit verschwendet für die Charaktererstellung. Ach und nicht. Das ist der Ladebildschirm. Machen sie wieder denselben Fehler wie bei Blattbohren. Dass sie einem nicht irgendwie... In der Zwischenzeit ein paar Gegenstände anzeigen. Damit einem nicht ganz so langweilig wird. Aber gut, das ging jetzt fix. Das ging jetzt ja mal ganz fix. Und da sind wir schon. Im toten Acker der Asche. Was ich mich ja eigentlich auch gefragt habe, wie das Intro abgelaufen ist. Bei Blattbohren hatte man ja noch eine deutsche Geschichte. Sprachausgabe. Hier war es jetzt aber wieder auf Englisch. Mit deutschen Untertitel. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. So, aber jetzt überhaupt mal ein paar Worte hier zu Dark Souls zu verlieren. Ich meine, wer jetzt nicht mehr weiß, was Dark Souls ist, der hat doch... Ja, der hat eine Bildungslücke. So sieht es einfach mal aus. Und da steht auch schon ein Gegner. Hallo. Ein paar schöne Nachrichten. Die werden mir jetzt sicher erklären, wie das Spiel funktioniert. Schwerer Angriff. Leichter Angriff. Nein, doch nicht. Zielfixierung. Ja, das ist auch klar. Ups. Das wollte ich ehrlich gesagt mal gar nicht machen. Aber ist auch wurscht. Okay, ich muss mich echt noch wieder. Ein bisschen Ungewöhnung von der Bloodborne-Steuerung. Aber gut. Den hauen wir weg. Ein Schlag. Erledigt. Ah, der gute alte Tritt funktioniert auch wieder. Sehr schön. Den habe ich ja in Bloodborne ein bisschen vermisst. Schritt zurück und Rolle. Das kennen wir auch. Laufen. Ja, dann laufen wir mal. Wo laufen wir denn überhaupt hin? Da ist ein Item. Und sind hier irgendwelche bösen Überraschungen? Ich hoffe ja nicht jetzt schon im Spiel. Seele eines verlassenen Leichnams. Tja, ich weiß schon was das macht. Aber ich möchte mir trotzdem gerne die Beschreibung durchlesen. Wo ist hier mein Inventar jetzt? Da. Und hier ist die Seele des Leichnams. Lass die herrenlose Seele von der Feuerhüterin in einer Quelle der Kraft verwandeln. Denn die Unentfachten sind ein Gefäß der Seelen. Ach, dann muss ich jetzt zur Feuerhüterin dafür gehen? Kann ich die nicht mehr einfach so in der Luft zerquetschen und ich bekomme die Seelen dafür? Doch, könnte ich es ja wohl machen. Der labert doch nur Blödsinn. Okay, jetzt aber noch ein paar Worte zu Dark Souls 3. Ist natürlich erschienen. Für PC, Xbox One und Playstation 4. Und wir sind auf der Playstation 4 unterwegs. So, und der Typ wird doch sicherlich aufstehen. Ja, war ja sowas von klar. Ja, ja, komm. Und du bist weg. Tja, da guckst du blöd, hä? So, was nun? Asche-Estus-Flakon? Ja, davon habe ich schon gehört. Jetzt muss ich mir nur noch schnell die Nase kratzen und jetzt kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Das Asche-Flakon ist nämlich, dass man die Magie auffüllen kann, soweit ich weiß. Regeneriert FP. Wofür auch wieder FP steht. Ich meine TP, klar, Trefferpunkte. Aber FP? Was ist ein FP? Moment mal, wir haben doch. Äh, Äh, jetzt, 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 jetzt wieder. Wo ist denn das wieder? Da haben wir irgendwo FP? Ja, ich schätze mal das wird dann für Fertigkeitenpunkte stehen. Aha. Wissen wir das also auch? Aber gut. Aber gut. So... Wer bist du denn? Kritischer Treffer, ja genau, backsteppen wollen wir jetzt mal. Das war nicht backstabben, aber egal Glaube ich bin nicht nah genug drangestanden Ach, der hat mich gesehen Der schießt mit dem Feuer auf mich Ob ich das so einfach durchgehen lassen kann, mein Freund Wobei hier einfach so reinlaufen wäre eigentlich auch dämlich Dann kommt doch sicherlich von rechts oder links noch irgendein Penner daher Parieren Können wir eigentlich mal probieren, aber ich war nie so der große Könner, was Parieren angeht Na komm, schlag Und es hat geklappt Bäm Na sehr schön Ja, den Trip, den haben wir auch schon herausgefunden So, du bemerkst mich jetzt sicher nicht, wenn ich hier von hinten komme, oder? Ich schleiche mich an Und tschüss Normalerweise war es doch auch immer so, wenn man die irgendwie mit Parieren oder mit Backstep erledigt, dass man dann auch mehr Seelen dafür bekommt Ich frage mich, ob das noch immer so ist Ja, wie viel hatten wir jetzt? 24 haben wir glaube ich bekommen, dann probieren wir es einfach nochmal bei ihm hier Aja, ja 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 ja, lass mich in Frieden Jetzt habe ich nicht aufgepasst Du Penner 20. Ja, man bekommt wirklich ein bisschen mehr. Das hat sich also nicht geändert. Gut, 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 gut. Ja, aber für weiterhin die Führung auch kein Problem. Alles drin. So, hier war jetzt eigentlich der Typ, den wir backstabten hätten sollten, aber nicht gemacht haben. Weil ich einfach so dämlich dafür war. So, jetzt geht hier noch ein bisschen lang und da auch noch. Aber irgendwie glaube ich, hier ist der allgemeine Weg, also. Gucken wir mal hier entlang. Kehr um. Das klingt ja vielversprechend. Ist hier schon der erste Gegner, den ich eigentlich noch gar nicht machen sollte. Yo, da sieht, ist das ein Kristallgolem? Die gibt's auch wieder. Nee, das ist irgendwas anderes. Es hat zwar Kristalle, aber das ist kein Golem, oder? Okay. 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 Nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, ich muss mal nachgucken. Blockt mein Schild eigentlich jetzt 100% oder? Okay, da hält ein bisschen was aus. Aber mein Schild scheint zumindest mal gut was abzublocken. Das ist gut. Oh, oh, anvisieren bitte wieder. Oh, oh. So, mal bitte wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ja, bis jetzt geht's doch. Frage ist halt wirklich nur, wenn der mich wirklich mal treffen sollte, wie viel Schaden macht mit der eigentlich? Ja, mach wieder deine Rolle. Die ist eigentlich ganz geil. Der kann man locker flockig eigentlich ausweichen. Aber das wiederum finde ich nicht so cool. Oh, nein. Und beißen sollst du nicht. Ach, wo rollst du denn hin? Nicht so weit weg, Freundchen. Ach, jetzt spuck dir wieder den Scheiß. Jetzt kommen Kristalle. Ja, ja, das kennen wir schon. Alles alte Tricks von dir. Okay. Da war ich wohl ein bisschen zu übermütig. Okay, Rolle kommt. Dann benutze ich die Zeit jetzt aber mal schnell, um mich zu heilen. Ich habe nur noch ein Flakon. Na gut, eins habe ich ja gleich direkt mal am Anfang verschwendet. Was total dämlich war. Nein, nein, nein. Geh weg von mir. So, was kommt jetzt? Ach, wieder spuckern. Gut. Soll mir recht sein. Na, mach irgendwas. Was? Oh, jo, 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 jo. Okay, aber ich glaube, den packen wir. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, der eine Schlag ging voll daneben. Schon wieder. Wieso haue ich immer daneben momentan? Oh, die Rolle kommt. Tod? Ne, ein bisschen was hat der noch. Was kommt denn jetzt? Ach, das wieder. Ja, gut. Komm schon, Freundchen. Mach noch irgendwas. Irgendwas, womit ich dich tothauen kann. So. Eine Titanitschupe. Oh, das ist gut. Das können wir wunderbar wunderbar gebrauchen, um Gegenstände abzugraden. Und finde ich, dass sie wieder da. Bis zu Stufe plus vier. So verstehe ich das jetzt. Durch Seelenwandlung geschmiedete Waffen können nur durch Titanit derselben Art verstärkt werden. In seltenen Fällen verzehren Kristallechsen Seelen, wachsen zu übergroßen Monsterhellern und lassen diese riesigen Schuppen dann fallen. Okay. Lässt er das jetzt jedes Mal fallen? Heißt das, ich kann dann eigentlich im Prinzip immer zu den Typen gehen und die Sachen farmen? Ich glaube, so einfach wird es nicht werden. Aber man kann ja hoffen. Man kann ja drauf hoffen. Aber das lief ja schon mal ganz gut. Oh, hier geht es auch noch nach oben. Gibt es hier noch was? Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann können wir jetzt anscheinend mal den vorgegebenen Pfad folgen. Aber man muss sagen, man merkt jetzt auch schon, das ist irgendwie wieder schon ein bisschen langsamer, als es Bloodborne dazumals war. Ich meine, was heißt ja dazumals? Es ist auch erst ein Jahr hier, aber es ist doch langsamer. Aber ich glaube doch schneller als Dark Souls 2. Ja, hallo, wen haben wir denn da wieder? Und ja, hallo, was haben wir denn hier? Ein Leuchtfeuer. Dankeschön. Äh, wieso sind meine Estos-Flakons nicht aufgebessert? Ach, jetzt. Okay. Und wir haben eine neue Gestik erlernt. Interessant, aber machen kann ich noch nichts. Soll ich da runter springen? Ne, jetzt lassen wir mal. Gehen wir mal den normalen Weg. Ja, hallo, komm her. Ah. Bitch. Wobei, wieso sage ich Bitch? Ich weiß nicht mal, ob du Mann oder Frau bist. Jetzt fall doch nicht runter. Ich wollte dir nur mal zwischen deine Beine gucken, um zu sehen, was du eigentlich bist. Aber den Plan hast du mir mal toll verplempert. Sprengen? Wo soll ich denn hier hinspringen? Da falle ich doch sowieso nur nach unten. Ich meine, dass ich hier springen kann, ist mir schon klar, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich von hier aus hinspringen soll. Ach, ich kann da rüber springen. Aha. Aha. Okay, aber vorher haue ich die beiden Typen hier weg. So, denn bis die mal aufstehen, sind die sowieso tot. Oh, hallo. Okay, ich weiß ja noch, dass hier rechts noch einer stand. Der hat mir auch momentan sehr schön den Rücken zugedreht. Und ich hoffe, das bleibt so. Nein, das bleibt nicht so. Na gut. Dann musst du eben nach unten fallen. Mach's gut. Und weg ist er. Ey, Moment mal, geht's da auch noch nach unten? Tatsache. Oh, da ist sogar einer mit Schild. Und einer mit Bogen. Na gut, dann warte ich einfach mal, bis der mit dem Schild herkommt. Ach, jetzt kommt der mit dem Bogen auch nach. Das ist doch blöd. Komm schon, schieß. Motherfucker. Hey, 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 hier triffst du mich nicht. So, ein paar Brandbomben. Sehr schön. Können wir uns eigentlich gleich mal hier hinlegen? Legen. Wieso kann ich hier nichts hinlegen? Ach, auf Dreieck muss ich drücken. Feuerschaden, der sich vom physischen Schaden unterscheidet, ist höchst effektiv gegen fleischliche Kreaturen, Bestien und andere Gegner, die durch die Effekte des Feuers bedroht sind. Na, das rüsten wir doch bitte einmal aus. Kann man immer gut gebrauchen. So, da unten steht noch jemand. Da könnte ich auch vorbei. Ah, das ist wieder ein Bogenschütze. Hier links wartet niemand auf mich. Da unten hockt irgendein fetter Typ. Okay, oh, da ist ja noch einer. Nicht mit mir. Danke für die Seelen. Okay, jetzt muss ich also wieder da nach oben, um mir das Item zu holen. Okay, jetzt muss ich nur mal diesen Sprung hier schaffen. Und hopp. Und ging voll daneben. Geil. Ja, dann noch mal. So, schön ausrichten. Muss doch schaffbar sein. Ja, ist es auch. Danke, eine kleine Titanitscherbe. Schön wieder zum Waffen aufbessern. Schön, schön, schön. Gut, und da hinten hockt ein fetter Typ. Und ich würde sagen, um den kümmern wir uns in der zweiten Episode von Dark Souls 3. Und mit deinem Zeitpunkt, tschüss, auf Wiedersehen. Und mal süßig. Jahrhundert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.